Jetzt habe ich einen, den ersten, den kleiner, aber das ist gleich der Eis. Früher habe ich nur diese bekommen. Jetzt habe ich die Füße hier, die Füße hier. Jetzt bin ich gewöhnt, jetzt sind die Kleine, ich bin nicht. Tschüss. Jetzt bin ich gewöhnt, da in einem Schnee. So, jetzt muss ich etwas herziges machen. Das kann, das fast nicht möglich so herzig sein. Die sind jetzt gerade eine Woche. Augen seit einer Woche. Also herzig gibt es fast nicht. Ich habe jetzt gerade Pipi gemacht und Mama tut jetzt gerade. Putzen. Vier Stück. Die ist die beste Mama. Immer am Rücken. Die anderen haben jetzt alle Augen. So sind jetzt. Die gehen das erste Mal in diesen Box. Das sind alle vier. Also. Sehr, sehr herzig. Das ist so. Bis herzig. So. Allein der Zunge. Jetzt haben sie geschlafen. Schlafen sie besser. Die ganze Zeit. So süß. Ich meine Schlafen. Tschüss. Tschüss. Sie sind gesteig. Meine Schlafen. Ich habe diesen Blumen gewacht. Ich hoffe, dass ich habe die Blumen gewacht. Ich habe die Blumen gewacht. Ich habe die kleinen Busse gekauft. Du selber gewacht. Ich habe es sehr w virgin. Ihr kommt. Du habe fünf Tag geachtet. Wunderschön. Jetzt sing ich, ui, Midnight. Wunderschön. 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 Kata sitzt da. Ich schenke. Hast du vise Fote? Ha? Was mache? Hunger? Hoffentlich verliebe ich mich nicht zu fest. Also drei müssen wir schon verkaufen. Die sind sehr beliebt. Ich habe eine teure Rasse. Aber ein bisschen speziell ist, dass sie nicht heller sind, weil Papa ist weiss. Ich weiss nicht, was passiert jetzt. Ich habe Hunger, oder? Ja? Hungrig? So ist der, meine Frau. Ich bin so. Bisse der Nadeln. Könnte ja nicht so sein. Wie im Kinderladen. Fangen hier an zu sitzen. Das haben sie vorher nicht heller. So herzig, oder? Tschüss. Jetzt bin ich wieder geschnallt. Jetzt bin ich fast gefahren. Hier an. Oh, er ist schön da mitten drin. Ich gebe die Fisch. Ich bin es nah an, ich fange. Jetzt hast du weg? Ja. extra weg in mir so. Und schön und geredig. Wirklich ganz schön. So, weiterer Fäder. Und Fäderung. Tschüss. Jetzt zu meinen anderen Babys, die fangen hier an sich zu bewegen, die Augen nach zwei Wochen und jetzt sind sie, ui, jetzt gehen sie mal ein Bild, da muss ich aber die Bilder wegnehmen, aber es ist wie in einem Spielladen, die sehen so süß aus, wahnsinnig, Mama, ich müsste sie jetzt filmen, so herzig, fangen hier klein zu bellen und Was sagst du? Die sind so süß, ich glaube die süße Salter, also über drei und halb Wochen, das sieht ja aus, als ob eine Spissung wäre. Jetzt spielen sie auch. Echt, das ist ja wahnsinnig so süß. Hi, was sagst du? Was sagst du? Jetzt hat Mama noch mehr Arbeit zu haben, hier. Das ist ja so süß, ja. Jetzt habe ich einen schönen Stich. Ich habe einen schönen Stich, das war der Rock. Ich habe einen schönen Stich. Ich habe einen schönen Stich. Ich habe einen schönen Stich. Zwei Familien, was gleichzeitig gibt. Da ist ein ganz süßer Schwarzer, aber es ist so dunkel. Was sieht er nicht? Da ist er. Gummt umeinander. Es wird morgen sein. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I must not give in. When the dawn comes tonight, will be our memory too. And a new day will begin. Good night sounds so smoky days. The statecoats mellow morning. The street lamp dies another. Night is over, not a day is turning. Touch me, it's so easy to leave me. All alone in my memory of my days in the sun. Look, if you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Tschüss. Sollte ich alles leeren. Ich glaube, das ist ein Saibling. Ich glaube, ich habe einen grossen Saibling gefangen. Und ein kleiner Saibling. Und die anderen sind Forellen. Ich bin jetzt wirklich nicht ganz sicher. Ich freue mich, wir sind sehr fein. Die Forelle ist sehr fein. Ich habe so viele Hechte jetzt gefangen, auch viel grösser als diese. An Forellen habe ich nicht so viel gefangen. Ich habe im Monat glaube ich nicht mehr so viel gefangen. Doch letztes Wochenende, aber der ist mir auch gehauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020